Hallo zusammen und ein frohes Neues. Wir melden uns mit einem kleinen Update. Es gibt nämlich große Neuigkeiten, aber all das seht ihr nach unserem neuen Intro. Bis gleich. Wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, werden wir dieses Jahr ein neues Crewmitglied auf der Benko haben. Und ja, das ist doch plötzlicher gekommen, als wir das eigentlich geplant hatten. Und das ist eine ganz verrückte Geschichte, wie wir dazu gekommen sind und die wollen wir euch hier gerne erzählen. Wir hatten eine ganz tolle Location für unsere Weihnachtsparty und unsere Silvesterparty. Und zwar hat uns der Restaurantbesitzer hier vom Marina Restaurant angeboten, dass wir seine Outdoor Area nutzen können. Und er hat auch so Heizpilze stehen und die haben wir dann zusammen mit Sailing Amari, mit Laura und Peter richtig schön dekoriert mit Lichtern und Sternen. Und das hat wirklich total viel Spaß gemacht. Und wir haben es uns da richtig gemütlich gemacht und haben dann auch ein richtig schönes Weihnachten gehabt. Mit ganz viel Essen aus wirklich auch verschiedenen Regionen, weil wir hier so eine kunterbunte Community auch sind. Und an Silvester gab es auch natürlich eine Party. Und da haben wir dann auch nochmal die Location genutzt und sind nett zusammengesessen und haben den ein oder anderen Drink genossen. Und haben dann recht spektakulär ins neue Jahr reingefeiert bzw. hat unser neues Jahr dann in den ersten zwei Stunden schon recht spektakulär und emotional begonnen. Wir waren alle so richtig in Partylaune und haben noch das neue Jahr gefeiert. Und dann gegen zwei Uhr ist ein befreundeter Segler, der auch mitgefeiert hat, schon mal Richtung Boot gegangen, kam aber dann ganz aufgeregt wieder zurück und meinte, Leute, Leute, ich habe irgendwas im Wasser gesehen und ich glaube, da schwimmt ein Hund, der kommt nicht mehr raus und der muss auch schon die ganzen Boote entlang geschwommen sein und zurück ins Hafenbecken und wieder zurück an den Pier. Also das war ein paar Minuten, wo er den da versucht hat, irgendwie rauszukriegen. Und dann sind wir alle hingelaufen und wir dachten dann schon, das ist ein Hund von den Seglern hier im Hafen, weil wir haben sehr viele Hundebesitzer hier. Und die Hunde waren eben auch mit uns in der Gruppe mit dabei. Auf jeden Fall sind wir dann alle ganz schnell hin. Und es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass es kein Hund ist, der hier zu irgendeinem Boot gehört. Und dann haben Laura und Peter, die haben wirklich super reagiert, haben den dann gepackt und haben den sofort rausgezogen. Die haben da auch Übungen mit ihren zwei Golden Retrievern, wenn man die aus dem Wasser holen muss. Und genau, dann hatten wir ihn an Land und der war wirklich total verfroren und hat gebibbert. Man muss halt auch dazu sagen, die Wassertemperatur gerade ist so 13, 14 Grad. Also das ist wirklich, da ist nicht mehr zu spaßen und wir wissen eben nicht, wie lange der im Wasser war. Und zusätzlich, seine ganzen Pfoten waren komplett aufgeschürft. Also bei uns ist das so, hier an dem Pier und an der Marina-Wand sind ganz viele Muscheln, haben sich da dran gesetzt. Die sind sehr scharfkantig und der kommt da alleine nicht raus. Und der wird wahrscheinlich probiert haben, da irgendwie rauszukommen und war halt total verletzt. Das heißt, der hat auch geblutet und wir haben ihn dann so schnell wie möglich halt in eine dicke Decke eingewickelt und versucht, ihn zu wärmen. Und dann erstmal ins Marina-Restaurant zurückgebracht. Ja, und da sind wir dann hingegangen und wir haben zum Glück hier auch von Laurent Peter dann gleich so ein Erste-Hilfe-Kit bekommen mit einem kleinen Verband. Haben dann erstmal die Wunden desinfiziert, weil wie gesagt, es war drei Uhr nachts mittlerweile, 1.1.2022. Und dann mussten wir uns auch irgendwann mal entscheiden, weil der Kleine einfach uns warmen musste, wo wir ihn dann jetzt hinbringen. Und dann haben Ruben und ich uns entschieden, dass wir ihn auf gar keinen Fall hier irgendwo draußen liegen lassen wollen. Und haben ihn dann zu uns aufs Boot mitgenommen und haben dann da wirklich die ganze Nacht mit ihm verbracht. Wir haben auch keine Minute geschlafen. Wir haben durchgemacht, sozusagen am Silvester und haben dann eben bis in die frühen Morgenstunden den Kleinen hier versucht, wieder aufzuwärmen und uns um ihn gekümmert. Am nächsten Morgen haben wir uns dann den Kleinen ein bisschen angeschaut und ihm ging es immer noch nicht gut. Er hat geröchelt, es war ein Verdacht auf Lungenentzündungen, er hatte immer noch seine Verletzungen, also ihm ging es nicht so gut. Und zum Glück haben wir natürlich, wie Steffi auch schon gesagt hat, ein paar Hundebesitzer hier auf dem Boot im Hafen. Und die kennen natürlich hier die lokale Tierärztin und die haben wir dann auch gleich kontaktiert. Und die ist dann zum Glück auch gleich gekommen und hat ihn dann auch gleich mit in die Tierklinik gebracht, um ihn einfach ein bisschen aufzupäppeln, Infusionen zu geben, Medikamente zu geben und einfach eine Erstversorgung zu leisten. Und ja, wir hatten dann erstmal jetzt ein paar Tage Zeit, um das auch mal für uns so ein bisschen setzen lassen zu können. Ja, das war super aufregend auch die Nacht und irgendwie total emotional. Auf einmal war der Hund hier an Bord und ihm ging es ja auch nicht gut. Und wir waren auch wirklich dankbar, dass Laura das auch alles gemanagt hat mit der Tierärztin, weil sie eben in Kontakt mit ihr ist und dass wir das so schnell wirklich regeln konnten. Und er dann auch an einem sicheren Platz war, wo er, wie Ruben schon gesagt hat, Infusionen und alle möglichen Medikamente bekommen hat. Ich glaube, der ein oder andere von euch kann schon eins und eins zusammenzählen und weiß jetzt bestimmt, wie das Video ausgehen wird. Ja, genau so ist es. Also ich meine, nach dieser Story und nach diesem verrückten Start ins neue Jahr haben wir uns dazu entschlossen, den Hund mit hier auf die Benko zu nehmen. Wir haben nochmal einen Check gemacht, ob diesem Hund nicht doch irgendjemand gehört. Wir haben einen Facebook-Post rausgehauen, beziehungsweise der Tierarzt hat das gemacht. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der den Hund kannte und hatte halt zu uns gemeint, das ist ein Streuner, der immer bei gewissen Gebäudekomplexen rumläuft. Das heißt, er ist sehr menschenbezogen und wurde dort auch gefüttert, aber er hat keinen Besitzer. Und wir konnten dann nochmal mit einer Person telefonieren, die den Hund auch gefüttert hatte. Und sie hatte gemeint, nee, das ist total toll, nimmt den ruhig, der freut sich da. Der ist es ein ganz Lieber und es ist gut. Also von daher waren wir da schon mal froh, dass wir dem niemanden wegnehmen. Und ja, jetzt ist es ja so, ein Hund am Boot ist natürlich so ein Thema für sich. Das wissen wir auch ganz genau. Wir wissen auch, dass es da riesige Diskussionen zu gibt. Und wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Also wir haben so hinter der Kamera seit, glaube ich, fast eineinhalb Jahren, glaube ich. Ich glaube sogar länger. Ja, reden wir schon darüber, wie gern wir einen Hund hätten. Haben es aber dann tatsächlich immer abgebrochen, weil wir gesagt haben, naja, ein Boot ist nicht die ideale Umgebung für einen Hund. Und wir holen uns jetzt nicht einfach so einen Hund, damit wir einen Hund haben am Boot. Das wollen wir einfach nicht machen. Jetzt ist das aber hier passiert. Und irgendwie, es ist so ein bisschen wie Schicksal. Der ist uns einfach so zugelaufen. Zugeschwommen, eher. Zugeschwommen, ja. Also wir wissen auf jeden Fall, dass er schwimmen kann. Genau, ja. Und jetzt ist es sehr schwer zu sagen, nee, wir wollen dich nicht, weil die andere Alternative ist, dass er zurück auf die Straße kommt. Und er macht sich hier aber gerade echt ziemlich gut, das muss ich sagen. Und ich muss auch dazu sagen, auch wenn es nicht die optimale Umgebung ist für einen Hund, es ist nicht desto trotz machbar. Und ich glaube, so mit allen Seglern, die wir bis jetzt gesprochen haben, waren Drittel auch Hundebesitzer. Also es waren erstaunlich viele dabei und uns haben alle gezeigt, wie gut es funktioniert, wie gut es den Tieren geht und wie gut man einfach einen Hund am Boot halten kann. Also das funktioniert durchaus. Aber, und das ist das sehr große Aber, man muss natürlich seine Planung dementsprechend anpassen. Und das wird uns jetzt natürlich auch treffen. Das heißt, so ein Hund muss natürlich zwei-, dreimal am Tag an Landgassi gehen. Der muss ausgepowert werden, der braucht Beschäftigung. Du kannst mit dem auch nicht tagelange Schläge machen, wenn der unterwegs nicht aufs Klo gehen kann. Das heißt, du musst deine komplette Routenplanung und alles, was dieses Jahr auf uns zukommt, dementsprechend anplanen, dementsprechend anpassen. Und da haben wir uns lange hingesetzt und haben Nächte auch echt uns um die Ohren geschlagen und uns überlegt, trauen wir uns das zu, können wir das machen? Und wir sind zum Schluss gekommen, ja, wir möchten das machen und wir wollen das machen. Was das jetzt genau für unsere Reise dieses Jahr heißt, das erzählen wir euch noch in einem Extra-Video. Aber wir fahren natürlich auf jeden Fall weiter, wenn er denn mitmacht. Also er ist jetzt seit einer guten Woche, glaube ich, ist er bei uns hier auf dem Boot. Ja, genau. Ja, und bis jetzt macht er sich super und auch wenn das Boot Bewegungen macht, dann stört ihn das überhaupt nicht. Er ist total entspannt. Aber wir werden halt gucken, wir werden auch mal ein paar Probeschläge machen, wie es mit ihm läuft und dann von da aus weiterschauen. Das heißt, wir sind da sehr, sehr bedacht, was das Thema angeht. Und ich habe selber zwei Hunde gehabt in meinem Leben. Steffis Schwester hat einen Hund. Genau, wir sind beide total die Hundefreunde und ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, sonst hätten wir ihn nicht mit aufgenommen. Und es ist auch total schön, die Tierärztin konnte uns sagen, natürlich kann man es bei Straßenhunden nie wirklich sagen. Es sieht so aus, als wäre es hauptsächlich ein Labrador. Und wie man weiß, schwimmen Labrador ja sehr gerne. Vielleicht war das auch ein Grund, warum er im Wasser war. Und er ist auch noch relativ jung. Also man kann das Alter nicht, natürlich aufs Datum genau schätzen, aber er ist ungefähr ein Jahr. Vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Und das merkt man auch. Er ist teilweise noch sehr Papi-mäßig und noch sehr Welpen-mäßig. Und wir haben ihn wirklich ins Herz geschlossen. Und eine wichtige Sache haben wir noch gar nicht erzählt. Und zwar ist es, wie er heißt. Er heißt nämlich Uso, wie der griechische Schnaps. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir dazu hier auch mit den Leuten im Hafen eine ganz besondere Beziehung haben. Und es einfach wahnsinnig gut passt, auch als Hundenname. Das kann man kurz und tief aussprechen. Das klappt wunderbar. Allerdings, die Tierärztin hat ihn Marino genannt. Also basierend auf dem Fundort Marina. Der männliche Form der Marino. Deswegen hat er jetzt zwei Namen. Uso Marino. Genau, Uso Marino. Aber der Hörter fängt da auch schon ein bisschen drauf zu hören, was wirklich ganz cool ist. Und wir haben hier sehr viel Spaß, wenn wir hier den ganzen Leuten im Restaurant, wo wir denen Namen erzählt haben und Uso gesagt haben, haben wir mal wirklich sehr viele gelacht. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr happy mit ihm. Und er macht uns glücklich. Toll, auf jeden Fall. Das heißt auch für euch, demnächst gibt es etwas mehr Hundekontent. Wir versuchen das nicht so sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ab und zu würde dann mal auftauchen. Und ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für uns. Und wir sind sehr gespannt, wie das für uns ausgeht. Genau. Hier ist er. So, hier ist der kleine Wannerholle. Das erste Mal im Video. Genau. Und wie Rumi schon gesagt hat, wir wollen natürlich jetzt hier nicht zum Hundekanal werden und euch hier nur noch mit Hundekontent zu spammen. Es soll schon weiterhin noch ein Segelkanal werden, aber er wird natürlich auftauchen in den Videos. Und das ist auch ein guter Punkt, denn wir finden, es gibt mit dem Einzug von Uso auch ein paar neue, interessante Projekte, die den ein oder anderen vielleicht von euch interessiert. Und das ist nämlich so ein Relingszaun, so ein Seezaun, den wir anbringen werden. Und das werden wir auf jeden Fall auch alles mitfilmen für euch. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen hier im Boot, die wir ändern oder anpassen möchten. Natürlich ist jedes Boot anders, aber vielleicht inspiriert es den ein oder anderen ja, der auch sein Boot, äh, sein Boot, sein Hund mit aufs Boot nehmen möchte. Und genau, also das werden wir auf jeden Fall in unseren nächsten Videos mit einbinden und hoffen, das gefällt euch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Macht's gut. Oh Gott, da kommt das kleine Schwänzchen da hinten auf. Uso, du bist noch nicht dran. Du musst noch warten. Du bist noch nicht dran. Das ist noch nicht deine Zeit. Oh Mann, ey. Auch hinten, Robi. Da, in die Mitte rein. Ja. Oh je. Ja, da ist er. Das ist unser neuestes. Uso. Nicht lecken. Oh je. Ja. Er ist auf der Deckel. Was macht der da? Weißen. Ich kann mich einfach mal erzählen, aber bevor wir los... Ey. Sag mal. Na gut. Jetzt hau. Sag mal. Schen's. Ich kann mich nicht nachdenken. Ja.